Wie magisch das immer ist, auf so einer Bahn zu stehen, wo du weißt, dass hier die Superstars heute Abend und morgen Abend laufen werden. Lass uns die Zeit nutzen und gucken, was hier so abgeht. Wir versuchen in den Blocks zu starten, Leute. Let's go! So, also wir müssen das ganz theatralisch machen, so wie die Athleten das auch immer machen. Also du beginnst ganz weit vor der Linie und dann, bevor du die Beine in die Blocks stellst, schüttelst du sie erstmal ganz theatralisch aus. Ja, so wie man richtig schmackt ist, dann stellst du das hier drauf. Am besten richtig schön mit Gewalt. Das macht immer richtig Eindruck. Dann musst du versuchen, deine Hände hier hinter die Linie zu kriegen. Leute, den ersten Schweißungsbruch hab ich jetzt schon. Puh, okay, also hinter die Linie hab ich geschafft. So, jetzt musst du versuchen, den Arsch rauszustrecken. Fuck, das geht nicht. Ah, physikalisch geht's schon nicht. Ich glaub, der Block ist falsch eingestellt. Puh, okay, also, wir tun so, als würde das funktionieren. So, dann stehst du so, Kopf runter und dann musst du warten, bis da hinten der Startschuss fällt. Puh, tun wir jetzt mal so, als wären wir hier im Wettkampf. Und go! Ganz wichtig Hinweis, du darfst natürlich nicht abkacken und dich irgendwie aus diesem Block rauspressen und dabei nicht hinfliegen. Also Hut ab an alle, die Leichtathletik auf Kurzdistanz machen und sich aus diesen Dingern rauspressen müssen.